Ich kann den Sachen nicht dodgen, egal wann ich drücken, es bringt genau Null. Ja, Serolac ist hart. Ich hoffe, wir kriegen hier so eine richtig fette Belohnung, weil es daily double gedöhnt ist. Wenn wir das schaffen. Mann, der haut mir so auf die Maul. Erz, ich hab Erz. Unsere Dinger, unsere Sockel machen sollen und eine Laterne craften, die auch was bringt. Ja, stimmt wohl. Vor allem die Laterne, glaube ich, wegschalten müssen, weil die quäische Laterne heilt. Ja, ich hab gerade erst gecheckt, dass die da da ist. Wollte ich noch machen, aber dann hat er gar nicht gewonnen. Nein, oh, er hat den scheiß Ernst. Oh, du hast überlebt. Das Ding ist, beim Scan können wir ja den Ätheris noch in dem Weise hoffen, auch. Ich geh mal drauf. What? Ihr seid schon. Ihr seid schon drauf, warum sagt ihr denn das schon? Ja, bis hier, hier ist er, da mag ich den. Oh nice. Gut. Loot, Joachim. Können wir schon nebenher ein bisschen was sammeln. Loot, Loot. Ah. Aber vor allem, Garen haben sie gesagt, bauten sollten wir... Die Quest, die bauen aufeinander auf. Machst du die eine Quest nicht, kriegst du die andere nicht. Ah, fuck. Den können wir, glaube ich, gar nicht machen oder haben, weil dann kriegen wir die Lüstungen nicht so gut von nehmen. Setz mal Flair, bitte. Ja, das können wir auf alle Fälle jetzt mal Shiroff Waffen machen jetzt. Ich hab Shiroff-Item bekommen. Hast du auch eine bekommen oder? Ja. Ja, du wirst. Ich will, glaube ich, mal Shiroffs lassen machen, ich gehe nachher. Alles klar, danke. Das war, glaube ich, schon mal Worth, den einfach nur für die Waffe jetzt einfach zu machen. Kannst du auch auf die Top-Cement? Kannst du auch auf die Top-Cement? Kannst du sagen, ich hab Rage-Chill-Nasher paar Mal gemacht, Alter. Dagegen ist ja ein Witz. Also ich krieg keine Auf-Landung dazu, wenn wir eine Waffe sind. Sag mal, hat man keinen Eye-Frame mehr auf dem Dodge? Geht rein. Doch. Okay. Muss das laggy gewesen sein. Ja, bei mir glitcht ihr auch rum. Das Server-Lack muss richtig hart sein, Alter. Wird sich ja beruhigen in den nächsten paar Stunden. Also für mich ist es absolut unspielbar, weil mein Internet-Saber ist auch noch scheiße. Ich kann nicht los. Ah, super. Rage. Ich hab' den Bug. Ich hab' den Bug. Aber die eine Feuer-Belände habe ich halt kaputt. Boah, ey. Ich hab' den Bug. Ich hab den Bug, GG. Was ist das denn, Alter? Du hast den Genick-Bug, Baby. Ah, ne, den Block-Bug. Ah, ich mein den Charge-Bug. Ah, die Waffe wegstecken, Kayn. Dann geht's zurück. Okay. Einfach auf dem Boden gefallen. Weil ich dann irgendwie einen Minuten später von der anderen Fläche sehe. Wer Glimm-Tyrog aber noch gar nicht gemacht hat. Lol, mitten in der Luft unterbrochen damit. Ja. Mit Breaks kannst du ihn jetzt richtig unterbrechen. Ja, lol, übertreib, Alter! Hä? Er rastet aus, Alter. Er rastet aus dem Feuer rundum. What? Was? Warum hab ich das getroffen, Alter? Lol, was ist denn das für ein Bug? Nein, die Flamme hab ich getroffen, wo ich genau dazwischen gestanden bin. Ey, kennt ihr den Bug? Meine Lebensleiste ist leer. Was soll denn das? Ey, ich lege hier so einer Kette. Ich glaub, das ist so ein Debuff, der nennt sich Noob. Ah, cool. Kann man doch nicht dispeln, das ist aber ein Zustand, der plant dann, ey. Achso, da kann man nicht aufmachen. Ah, scheiße. Ja. Ja. Nur ein Break. Ein Break kriegen wir hin, oder? Warte, ich ne, nur für das Erste. Wo? Herr Scher, halt. Er spawnt das eigentlich, das ist doch gar eben nicht da gewesen, oder? Ich hab das gar nicht. Soll ich dann schon groß anfangen. So. Keine Ahnung, oder? Deswegen bin ich fix auf die Brüste. Haha. Der ist gar nicht, der ist halt... Der ist ein Lappen, Lappen. Der ist ein richtiger Lappen, hab ich gehört. Dum 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 dum. Und du hast ja auch seinen Hinterteil zu. Was hat der denn viel... Was hat der denn viel Mini-Schwanz hier? Was macht der? Wie geil ist das eigentlich? Aber dieser Mini-Schwanz sieht so leckerlich aus, und auch sein fettes Doppelkinnel. Okay, okay. Oh, okay. Du, eine Sekunde auf der Karte. Komm.